Am Sonntag wird in Senftenberg noch einmal gewählt, weil keiner der sechs Bürgermeisterkandidaten im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erzielen konnte, also mehr als 50 Prozent aller Stimmen. Für die beiden stärksten Kandidaten, Nadine Hönicke und Andreas Pfeiffer, geht es deshalb jetzt in die Stichwahl. Wer darf wählen? Wählen dürfen alle, die auch beim ersten Wahlgang im September wahlberechtigt waren. Das sind alle Deutschen und EU-Bürger, die am Tag der Wahl mindestens 16 Jahre alt und in Senftenberg gemeldet sind. Bekomme ich eine neue Wahlbenachrichtigung? Es werden keine neuen Wahlbenachrichtigungen verschickt. Wenn Sie Ihre alte noch haben, können Sie mit dieser direkt zum Wahllokal gehen. Wenn Sie diese nach der Wahl entsorgt haben, können Sie auch ganz einfach mit dem Führerschein oder Personalausweis zur Wahl gehen. Gewählt wird in den gleichen Wahllokalen wie zur ersten Wahl. Welche Kandidaten stehen zur Wahl? Zur Wahl stehen die Verwaltungsangestellte Nadine Hönicke, SPD und der Tierarzt Andreas Pfeiffer, CDU. Hönicke konnte im ersten Wahlgang 30,2 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Bei Andreas Pfeiffer waren es 28,5 Prozent. Damit waren Sie die stärksten Kandidaten der Bürgermeisterwahl und gehen deshalb in die Stichwahl. Gibt es wieder die Möglichkeit zur Briefwahl? Ja. Wer bereits beim letzten Mal Briefwahl beantragt hatte, bekommt die Unterlagen für die Stichwahl automatisch zugesandt. Was, wenn ich Briefwahl beantragt habe, aber vor Ort wählen möchte? Das ist kein Problem. Allerdings müssen Sie die Briefwahlunterlagen dann ins Wahllokal mitbringen. Wie funktioniert die Urnenwahl? Auch bei der Stichwahl gibt es die Möglichkeit zur Urnenwahl. Ab sofort können Sie zu den Öffnungszeiten des Rathauses Senftenberg vor Ort wählen. Dafür braucht man keinen Termin und auch nicht zwingend eine Wahlbenachrichtigung. Ein Personalausweis oder Führerschein reicht auch. Die Öffnungszeiten finden Sie auf senftenberg.de. Was bedeutet das Ergebnis? Mit dem Ergebnis der Stichwahl wird feststehen, wer in Senftenberg für die nächsten acht Jahre das Bürgermeisteramt ausüben wird. Voraussetzung ist jedoch, dass der Sieger von mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Personen gewählt wurde. Erhält kein Bewerber diese Mehrheit, so wählt die Stadtverordnetenversammlung den Bürgermeister. Wann genau steht das Ergebnis fest? Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Die Stimmzettel werden aber noch am Wahltag öffentlich im jeweiligen Wahllokal ausgezählt. Das amtliche Ergebnis wird am 10. Oktober im Wahlausschuss bekannt gegeben. Und am 1. Februar 2023 erfolgt der Amtsantritt. Wieso sollte ich überhaupt wählen gehen? Weil Sie mit Ihrer Stimme etwas bewegen können und bei der Stichwahl mitentscheiden, wer das höchste politische Amt in Senftenberg für ganze acht Jahre ausüben wird. Und auch wenn Sie vielleicht ursprünglich einen ganz anderen Kandidaten unterstützt haben, sollten Sie sich jetzt darüber informieren, welcher der beiden Kandidaten Ihre Stimme verdient. Kaum ein anderes Politikfeld nimmt so direkten Einfluss auf unser Leben wie die Kommunalpolitik vor Ort und auf keiner anderen Ebene sind wir so von politischen Entscheidungen unmittelbar betroffen. Wo entstehen neue Radwege und Wohnungen? Was passiert mit dem Theater und auf dem Neumarkt? Und wann werden Schulen saniert? All das sind Dinge, die auf kommunaler Ebene entschieden werden. Deshalb wählen gehen am 9. Oktober.